Hier mache ich noch mal ein kurzes Unboxing für Quarky Kopfhörer Wiper Head British Designed. Also die habe ich eigentlich in England gekauft. Die sind sehr cool vom Design her sind die sehr gut gemacht. Haben wirklich für meinen Geschmack einen wirklich guten Bass. Also ich habe sie irgendwann mal mit ein paar Kollegen zusammen bestellt und die sind übrig geblieben weil ich mir gleich gedacht bestellt ein paar mehr. Hier haben wir einmal damit man auch schön dual hören kann. Also zusammen halt. So und vom Design her sind die halt sehr sehr cool weil die gibt es halt in mehreren. Einmal mit Chamäleon Augen dann mit grünen Schlangenköpfe und diese wundervollen gelben Schlangenköpfe. Die kleben jetzt ein bisschen. Ich weiß auch nicht wieso. Wahrscheinlich weil sie schon sehr lange in der Verpackung liegen. Die müsste man mal sauber wischen. Die guten Stücke. Auf jeden Fall ich hoffe man kann es erkennen. So sehen die aus. Sieht natürlich ein bisschen crazy aus wenn man die dann so in den Ohren hat. So eine Schlangenköpfe in den Ohren hat. Aber naja muss jeder selber wissen. Ich habe die sogar auf der Arbeit getragen. Wurde man natürlich ein bisschen blöder angeguckt. Ja aber so sehen die aus. Haben echt echt einen guten Bass. Ist halt Geschmackssache. Ob man sowas tragen will, kann, möchte, darf oder wie auch immer. So jetzt habt ihr die mal gesehen. Ich würde euch ja eine Hörprobe machen aber das ist natürlich nicht so einfach. Das sind halt Kopfhörer. Ja ich hoffe ihr lasst mir ein Like da oder auch nicht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschaui.